Los geht's, ihr habt ihn gerade schon gehört, der Wu ist mit dabei und der Mephisto, grüß euch, hi. Wir spielen gerade was richtig Verrücktes, denn wir spielen gerade die Gegend, guckt es euch selber an, vier schwere KIs, Panzer, TNT, Laser, Nuklearwaffen, General und wir drei sind Luftwaffen, Generäle. Ich bin gespannt, was das jetzt wird, sag ich euch so wie es ist. Mit 50.000 Locken fangen wir an, ich bin echt gespannt, ob wir das hier irgendwie verteidigt kriegen. Mann, 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 das wird irre. Wir brauchen vor allen Dingen viel Platz für die ganzen Flughäfen, für die ganzen Flugfelder, deswegen versuche ich direkt hier oben ein bisschen zuzumachen. Waffenfabrik kann ruhig hier oben mit an die Front ran, so, ein bisschen Platz lassen wir. Upgrade aktiviert. Boah, schon mal zwei Flugfelder? Sehr geil, ihr seid wirklich fleißig mit Flugfeldern, muss ich auch mal machen. Komm, let's go. Flugfelder, ab geht's. Eins. Zwei. Komm, 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 komm. Hast du noch eins rein? Ne. Schade. Drei. Okay. Jetzt schlafen wir. Strategiezentrum hier unten. Du baust das hier hin. Hier so rein. Komm drunter, los. Ein paar Humpfis mit den Toe-Raketen brauchen wir auch. Wir teilen erstmal so ein bisschen auf. Ich dachte ohne, ohne. Wir machen nur Luftangreinheiten. Achso, keine Abwehr, nichts. Nur Flugzeuge. Nein, nein, Abwehr schon. Okay, ich besetze die Geschützstellung, weißt du. Bin schon dabei, in die Mittel fortzupuschen. Also, was holen wir denn erstmal raus? King Raptor. Jo, jo, jo. Vier Flugfelder haben wir schon mal. Sonst noch was? Alles klar. Ich baue meine eigene Straße. Was gibt's zu tun? Ich brauche noch ein paar Kraftwerke, weil gleich machen wir die Abwurfzonen. King Raptor bereit zum Start. Ich lege das Fundament. Das wird schon. Bisschen Abwehr baue ich trotzdem. Ich bin schon mal dabei zu spammen. Luftabwehr einhalten zu spammen. Ja, das ist gut. In die Mitte pushe ich schon mal Helis vorne rein. Ich supporte, ich supporte. Mephisto, ich bin unterwegs. Ja. Ich mache hier mal meinen Luftangriff auf seine Versorgung. Endlich fertig. Ich baue die ersten Alpha Auroras. Anschnallen. Bei der Arbeit allzeit bereit. Neues Bauprojekt? Alles klar. Hört sich gut an. Neues Bauprojekt? Neues Bauprojekt? Neues Bauprojekt? Das ist eine Titan-Kappenbombe. Ja. Einheit verloren. Wo was sagst du? Was ist denn am besten auf dem Strategiezentrum für Luftwaffengeneral? Bombardement. Also mehr Damage. Okay, machen wir mehr Damage. Muss etwas repariert werden? Ich lege das Fundament. Alles klar. Oh, das ist nicht gut, was ich hier mache. Überschallbombe ist startbereit. Was liegt an? Was liegt an? Was gibt's? Ich sehe gerade meine ganzen Komachis, die fliegen alle ins Warner. Ja, ich bin unterwegs. Ich war auch am überlegen ein paar Komanchis zu bauen, aber ich habe dann doch gedacht... Ne, warte mal. Ich mache schnelle Lufteinheiten, schießen einmal, drehen wieder ab. Aber hier das Gatling-Geschütze ist natürlich gefährlich da unten. Da musst du echt aufpassen. Vorsicht, das holt hier alles runter. Das holt hier wirklich alles runter. Ich bin schon dabei, das zu zerstören. Warte, ich haue einen Aurora rauf, der schafft das. Aurora kommt. Und... Ja, das ist... Ich kriege da oben gerade richtig los. Aurora kommt. Und... Hä, warum habe ich nur ganz normale Aurora Bomber? Ach, das war der Super-Waffengeneral mit den Alpha-Auroras. Oh, das habe ich jetzt durcheinander gebracht. Nein, ich wollte Alpha-Auroras. Das wird natürlich schwierig mit normalen, hä? Ja. Das wird super schwierig. Die Supporter hier. Noch keine Beförderungspunkte weiter gemacht. Die hängt an die Tarnung der Hubschrauber. Mache ich. Ja, ich bin gerade auch dabei, die Upgrades sind. Tarn-Upgrade. Comanjis. Danke für den Wink. Das Timer-D hier nehme ich so ein bisschen auf. Zielkoordinaten erhalten. Versuchen, die Mitte da oben zu halten. Ich habe allerdings keine Kohle mehr. Ich muss erst mal ein paar Abwurf-Zonen bauen. Ähm... Voodoo, könntest du in der Mitte bei deinem Nachschublager wieder Einheiten bauen, die sammeln? Da sind nämlich keine mehr. Keine Chinooks. Wie du Kohle bekommst. Ich war mit meinen Comanjis gerade mal durchgepusht. Geh mal dem anderen den blauen gerade mal auf den Sack. Einheit verloren. Ja, das sieht schon gut aus. Sieht schon gut aus. Die Comanjis sind noch sehr schwach. Hast du schon Tarnung aktiviert? Ja. Perfekt. Von der Panzerung, finde ich, sind die echt sehr, sehr schwach. Muss man richtig aufpassen. Ja. Einheit verloren. So. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. Ja, noch ein paar Abwurf-Zonen, genau. Ja, die haben die Mitte. Ja, das kriegen wir nicht gehalten. Ich krieg hier auch jetzt einen Angriff. Ich krieg hier einen ordentlichen Angriff im Stützpunkt. Sie wurden befördert. Ja, schon ein bisschen. Hab noch keine Kohle mehr zum Abwehren. Einheit verloren. Komm mal rüber. Ich hole das Gatling-Geschütterst mal raus. Grad noch abgewehrt. Super. Hier muss ich definitiv verstärken mit ein paar Patriots. Jetzt repariert werden. Guter Untergrund. Hier King Raptor. Hier King Raptor. Sehr gut. Ich hab mal eine Komatsch. Komatsch ist bei dir geparkt. Ja, gerne. Wir sind getarnt. Hier Raptor. Ja, ganz schön. Sehr schön. Gut abgewehrt. Klasse. Immer am. Alles kein Problem. Endlich fertig. Komatsch ist. Ich bin eigentlich richtig ein Komatsch-Spieler. So, wo hauen wir denn unseren Bombenteppich rein? Hier in die Laserpanzer. Unsere Wartenschweinies machen wir hier in die Ökonomie. Und Orange. Das hier hält bisher. Das ist gut. Oh nein. So, jetzt das Gerücht. Sehr schön. Jetzt erobern sie mir mal die ganzen Gebäude. So. In der Mitte. Und? Na schiesst doch mal. Na, das ist dabei. Bist du verteidigt? Boah, das hat's ausgehalten mit 1HP. Sehr schön. Jawohl, wir machen richtig Wooling. Oh. Hohoho. Schmeckt. Oh, bei mir stehen sie im Stützpunkt drin. Upsi. Upsi. Ich brauche noch ein paar Abwurfzonen. Mehr Abwurfzonen. Bisher halten wir das ganz gut. Schön. Sehr aufmerksam. Dankeschön. Ich bin dreimal befördert. Benzinbombe. Spectra. Und den dritten vom Wartenschweini. Okay. Dann machen wir dann gleich mal das Moab-Upgrade. Hier mehr sammeln noch. Und da raus. Habe ich ganz verpriemelt. Da steht eine Scut-Stellung. Eie Orange. Ja. Ich gehe gleich mal rüber. Halt los. Wir decken mal alles auf. Mammut, geh raus. Ich ziehe mal kurz meine Einheiten zurück. Ich mache hier nochmal sauber. Benzinbombe ganz rechts in die Versorgung von Gelb. Dann nehme ich den Ölförderturm raus mit dem Spectra. Dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Energie. Alles klar. Es wird schon. Ich muss... Ich glaube noch meine Basis kümmern. Ja. Und? Strike. Sehr gut haben wir auch raus. Also er greift wirklich sehr an. Das ist wahrscheinlich der Panzergeneral. Weil der schickt wirklich ohne Ende Panzer. Eigentlich müsste ich ein bisschen weiter nach oben meine Abwehr bauen. Noch schwimmen wir nicht in der Kohle. Ich auch aktuell gerade noch nicht. Aber ich will mal kurz was aufdecken. Jetzt haue ich dem erst mal am Wobbenteppich auf sein Nachschublager. Vom hellblauen. Einheit verloren. Achtung, die kommen. Ja. So machen denn meine Comanjis nichts. Ich sterbe nur von da hin. Comanjis könnte ich rechts gebrauchen. So muss ich nur Support. Weil sonst werden sie jetzt durchsprechen bei mir. Einheit verloren. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich komme rüber. Langsam kriege ich so ein bisschen Kohle aufs Konto. Meine Comanjis sind hier. Hammermäßig. Einheit verloren. Sehr, sehr schön. Meine Rapsrohren machen auch ein bisschen Arbeit. Also ein bisschen. Lasse. Drei Luftwaffengenerele treffen wir aufeinander. Rompastisch. Meine Mammuts sind da eigentlich auch gleich raus. Ich muss das genau raus finishen. Ich muss zurückziehen. Oh, die sind gleich alle dreimal befördert. Vorsicht, da kommt ein Overlord mit Gatling drauf. Ja, ich habe es gesehen. Ich brauche schon wieder ein bisschen mehr Energie. Ich muss mal kurz zu mir. Zurück. Jetzt habe ich Kohle. Jetzt kann es langsam losgehen. Guter Untergrund. Ja. Aber mir dauert es noch ein bisschen. Ich lege das von der Mitte. Drei. Einheit verloren. Eins. Wir durchbrechen die Schallbau. Gehen an Leistungsgrenze. Flugroute bestätigt. Endere Kurs 990. Ein bisschen mehr. Muss etwas reparieren. Ähm. Ja. So, jetzt brauche ich ein bisschen. Ich versuche mal beim Panzergeneral ein bisschen Damage zu machen. Sag mir Bescheid. Ich unterstütze dich. Ich schicke gerade meine Generals-Herausforderungen. Äh. Meine Generals-Punkte. So. Ich habe zweier, zweier Warzen-Schwein. Also hier Vortox. Jetzt machen wir Musik. Einheit verloren. Ja. Die müssen alle drei ankommen. Für das Web-Center. Ich kann auch noch unterstützen. Feuer frei. Yes. Strike. Komplett raus. Inklusive Hacker. Fantastisch. Wir holen noch einen Spectral rein. Wir nehmen noch die Waffenfabrik raus. Oh, bei mir ist ein Blackboard. Wo? 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 Irgendwo? Wo macht das? Wir wollen sich schon wieder durchsprechen. Der Panzergeneral setzt mich leider sehr unter Druck. Das Problem ist, ich sehe den nicht. Weil er hat mir das mal komplett mein Radar geklaut gehabt. Warte, ich gucke auch wo der ist. Ich gucke auch. Ich gucke schon. Der ist hier nirgendwo. Okay, dann war das komisch, weil bei mir gerade nämlich mein komplettes Radar blitz weg war. Die Energie habe ich. Wird. Ich habe keine Abwehr mehr. Ich muss gleich erstmal Abwehr wieder aufbauen. Aufbauen. So, jetzt das Gerüst. Okay. Ich lasse mal meine Komachis bei dir parken. Ich mache erstmal das Upgrade. Laserlink-Raketen. Pushe erstmal alle Upgrades jetzt raus. Wir durchbrechen die Schallmauer. Aurora Einsatzpreise. Wollen wir noch was? Wollen wir noch irgendwas? Einheit verloren. Da sieht es ganz gut aus. Feindlicher Blackboard geortet. So, wir machen hier oben dicht. Das Geld wäre nicht schlecht. Ich habe nämlich aktuell nur zwei... Dann baue erstmal ganz in Ruhe ein paar Abwurfzonen. Ich habe jetzt insgesamt... Elf Stück. Elf. Elf ist schon ganz gut. Das ist doch ein schönes Ziel hier unten. Dann gehe ich erstmal auf die Moab. Ruhnenpanzerung machen wir auch. Immer bereit. Suchen und zerstören. Hier oben ziehen wir jetzt zu. Ah, jetzt zieht der A schon mal so eine Bitsi-Bumbe drüber. Okay. Weiss. Allzeit bereit. Soll ich vorausgehen? Einheit verloren. Was ist das denn? Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. In die Bude rein. Die soll ergänzen. Wir können durch die Fenster schießen. Ich bin hier Wasser. Ich hoffe, ich mache eine Meile 8-Horn Kaffeebombe. Oh. So. Ich lege das Fundament. Äh. Warnung. Partikelkanone geortet. Upgrade aktiviert. So, ein paar Komagis raus. So. Einheit verloren. Ich nehme schon mal eine Atombombe von ihm raus. Ja. Wenn die durchgehen. Äh. Ich ziehe mal kurz meine Komagis zurück. Ja klar. Na klar. Alles gut. Weil jetzt habe ich nämlich ein dickes, fettes Problem hier. Was hast du denn? Brauchst du Unterstützung? Er kommt jetzt am Nuklearkeschutz. Ah ok. Bin auch da, bin auch da. Ja. Bin schon dabei. Ich würde die jetzt erstmal mal hinbekommen. Sehr gut. Haben wir. Ich parke meine noch mal in der Mitte. Meine Komagis. Und rein in die Putze ist voll. Sehr schön. Ich mache hier ein paar Tomahawks als Schutz. Ah. Hat mich gereicht. Irgendwie ist gar nichts durchgekommen. Von meinem Zeug. Vollkappenbomber. Du drehst schon deine Runde. Du noch nicht. Ah. Er hat, er hat genau. Das genau. Er hat mal seine. Er hat auf mich geschossen. Und hat mir mein. Strategiezentrum mehr genommen. Das hier sieht gut aus. Wir nehmen Orange jetzt erstmal so ein bisschen auseinander. Ich supporte. Wir nehmen jetzt die Kommandozentrale raus. Wir nehmen jetzt Orange komplett auseinander. Ist nämlich sehr geschwächt. Dann haben wir den nämlich gleich. So jetzt kommen sie. Mutter aller Bomben. Achtung. Alles schön rausgesnackt. Waffenfabrik raus. Mandozentrale raus. Und gleich geht noch ihr Geheimlager flöten. Da kommen nämlich meine Schweinis. Da sind sie. Sehr schön. Auch clean. Decken wir mal alles auf. Was haben wir denn hier noch? Ah ok. Hier sammeln sie wie verrückt. Das ist auch ein ordentlicher Stützpunkt. Panzergeneral. Den holen wir uns. Das machen wir. Welche sind denn die? Die Aurora Bombe sind das? Ja. Auroras haben wir leider nicht. Wir haben nur die normalen. Wir haben nur die normalen. Superwaffengeneral hat die Auroras. Einheit verloren. Ah er haut bei mir so ein elektromagnetisches Ding. Bums hier drauf. So. Unsere Basis wird angegriffen. Zielkoordinaten erhalten. Bioniksysteme online. Einheit verloren. Schwierig. Wir sind bei mir im Lager, hä? Wir haben Panzer reingesetzt bei mir. Gut ich krieg die raus. Hab aber ein bisschen was verloren. Ist nicht schlimm. Kriegen die raus. Kriegen die raus. Schön reagiert. Absolut krass. Guck mal hier. Auch wenn ich nichts gesehen hab. Wahnsinn. Neues Flugfeld. Jetzt können wir noch Flugfelder bauen hier. Das ist ein schönes Geschwader von Comanji. Es gefällt mir. Schmeckt. So. Zack. Zack. Kasse. Ähm. Ruh. Ich bin mir schon ein nuklear geschützt. Ich zieh mal kurz zurück. Wir machen jetzt hier oben ein bisschen Musik. Sieg. Ja. Wobei. In der Mitte müsst ihr schon unter Druck setzen. Zeig mal was ihr drauf habt. Ja. Comanjis rausnehmen. Schmeckt. Ne. Definitiv nicht. Und. Ballert. Schade wird es nur wenn er meine ganzen Abfahrer fällt. Oh ja. Warnung. Atomrakete abgefeuert. Atomrakete abgefeuert. Atomrakete abgefeuert. Wahrscheinlich auf mich. Auf mich. Zumindest noch halb gut verteidigen. Ja. Ich fand er nicht. Ach er hat ein Flugfeld von mir zerstört. Das war's. Einhalb verloren. Super. Zum Glück habe ich mein Zentrum ziemlich weit weg gebaut. So. Wir brauchen noch ein paar Abwurfzonen. Das ist echt alles super teuer. Aber wir schaffen das echt souverän. Hätte ich nicht erwartet oder? Ja. Ich auch tatsächlich. Das ist total krass. Hätte ich echt nicht gedacht, dass drei Luftwaffen wenn der Rede ist so dominieren hier. Bei dem anderen Aufräumen. So. Chris, bist du wieder weg? Ja. Ich weiß. Wir haben drei Superwaffen. Also die Gegner. Hört sich gut an. King Raptor bereits am Start. Weißt du, ist dir ein Dorn im Auge? Da wärst du schon lange mit deinen Auroraen hin, ne? Wir sind da ein bisschen lazy. Lazy crazy. So orange ist so langsam weg. Ich glaub der hat so ziemlich nix mehr. Jetzt dezimieren wir mal blau ein bisschen. Atomrakete nehmen wir raus. Zack weg ist er. Keine Gefahr mehr. Schön. Schön schön. Jetzt ist noch eine zweite. Und die Partikelkanone. Aber die Partikelkanone ist nicht so schlimm. Partikel hol ich mir als nächstes. Kein Problem. Einheit verloren. Das läuft. Ich habe die Waren. Ich bin im Zeitplan. Es kann losgehen. Klar und deutlich. Guck mal. So eine Schrottkiste mein Bulldozer. Der ist bei dir schon wieder in der Basis. Oh ja. Danke. Gut gesehen. Hier meine Comanjis. Alles easy. Haben wir schon abgewehrt. Alles easy. Wahnsinn. Geiles Teamplay. Okay. Was kommt denn jetzt wo reingedonnert? Absolut klasse. Eines unserer Gebäude wurde erobert. Gebäude eingenommen bei mir? Welches? Ich schieße auf alles. Wir kontrollieren eins unserer Gebäude. 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 Ja. Kraftwerk, ja. Wo ist sie? Einheit verloren. Ich bin beschäftigt. Es wird schon. Hä? Wer ist doch deins mein lieber. Mein lieber Mephisto. Nein, ich bin grün. Ja. Ja. Und es ist blau. Ach, hier oben. Ach so. Blutquote bestätigt. Prüf in Migrationssysteme. Endlich. Ich baue bloß mal ein bisschen verstreut grad, weil er geht mir grad tierisch auf dem Seck, ne? Ich lege das von der MEP. 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 Sehr schön. Warum sieht das so gut aus? Ja. Aber wüsst' ich da staunst dann, ne? Ich bin beschäftigt. Ich baue hier. Weil das Commanding Conquer Generals ist. Wo? Hier ist er. Komm her, komm her, komm her, komm her. Sie haben eins von so einem Beutel. Da ist er. Ah, die ist wieder abgetaucht. Hier musst du rumrennen. Hier. Ist er. Der MEP war geartet. Einheit verloren. Hilft da das Aufklärungsding was? Ja. Habste. Gotcha, Baby. Habste. Nice. So, jetzt machen wir hier erstmal die Mother of all Bombs. Die haben gar keine Energie. Ein Laserwaffengeneral hat keine Energie mehr. Gut. Ja, die mach ich auch gerade. Die Mother of all Bombs. Ah ja. Und da kommt sie. Bühne frei. Schmeckt. Einheit verloren. So, langsam haben wir richtig schön viele Flugzeuge. Absolut genial. Jetzt geh ich mal rein hier. Angriff. Der hat wieder Energie, er hat wieder Energie. Boah, das rumpst. Ja, ich komm grad. Rein da. Ja, äh, 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 die haben sich auf mich fokussiert. Einheit verloren. Machst du Hilfe? Ne, ne. Ich höre es rein. Navi-System okay. Vorsicht. Der fokussiert sich auf mich, weil ich der Schwächste bin. Da fokussiert er sich auf mich. Vorsicht aufpassen. Bereits am Angeln. Rausnehmen. Hohohoho. Das ist schon richtig genial. Guckt euch das mal an, was hier abgeht. Ja, Luftraum ist sauber, würde ich sagen. Hammermäßig. Jetzt kommt da oben erstmal beim Gelbmast meine Mother of all Bombs rein. Geil, wo schmeißen die rein? Genau, das war ein Hauptmaß, da wo der große Klumpen ist. Okay, perfekt. Ich hab... Signal geortet. Ja, da wo ich gepinkt habe. Da kommt sie. Boah, perfekt kombiniert. Boah. Die kamen ja synchron, die beiden. Wahnsinn. Der hat doch wohl seine Finger mit dem Spiel gehabt, oder? Einheit verloren. Glaube ich, ja. Alter. Ich hab Bockenteppich und Mother of all Bombs reingezündet. Ah, okay. Zack. Kommandozentrale, raus von Gelb. Wir kommen. Warnung. Warnung. Atomrakete abgefeuert. Warnung. Warnung. Jetzt ist bei mir schon wieder die... Einheit verloren. Das war da weg. Ey, das ist so episch. Ja, und... Ah, ich hab... Was wir hier grad wieder veranstalten, ist dermaßen geil. Wie viele Flugzeuge rumfliegen. Einheit verloren. Alles klar. Ja, ich häng grad komplett zurück. Hört sich gut an. Hört sich gut an. Hört sich gut an. Hört sich gut an. Ich bin beschäftigt. So, jetzt das Gerüst. Billikum für bereit. Ich bin auf euren Schlüssel. Oh, mehr Comanjis. Shhiko... Go, go, go! Lass den hier einfach bauen. H cybersecurity! Zitter cello ... Wahnsinn. Wir nehmen uns die Lasertürme vor. Los geht's. Alle gemeinsam. Rein da. Genial. Vorsicht, da würde ich nicht ranfliegen. Vorsicht, Vorsicht. Tu das nicht. Tu das nicht. Jetzt konnte ich wenigstens ausbauen. So. Jetzt kann ich mich hier nicht mehr aufbauen wieder. Gelb haben wir als nächstes. Die haben nicht mehr viel. Dann haben wir hier noch blau. Na. Die sehen auch nicht mehr so gefährlich aus. Und türkis. War. Keine Energie mehr. Lesen erstmal ein paar Briefe. Briefpost. Schön. Orange hat noch eine kleine Kaserne. Niedlich. Ja, wo ist er mal wieder? Hier voll. Der spielt richtig Luftwaffen, General. Sag mal. Alter. Das ist der Luftwaffen, General. Wart mal, ich hebe auch alle ab. Lass mal alle lang fliegen. Pass mal auf, wir fliegen mal zusammen. Genau, wir fliegen mal. Wart mal, wir sammeln uns gleich. Oh, guckt euch mal die Aufnahmen an. Schaut mal. Guckt mal. Das sieht ja nice aus, ey. Los, wir fliegen. Wart mal, wir fliegen. Wir fliegen alle zusammen. Lasst uns... Lasst uns mal von ganz unten links... von ganz unten links... oder von hier, von seiner Kommandozentrale bei Ruhr. Hier treffen wir uns. Und dann fliegen wir alle nach rechts rüber. Ich komme mit Beko-Marchis. Mal alle hier hin. Du Schande, was ist das denn? Was war das denn jetzt? Da war ein Flugzeug. So. Und jetzt fliegen wir mal alle nach links... nach rechts rüber. Los geht's. Wo bist du? Hä? Nicht aus dem Bild raus. Was ist alles? Meine ganzen Flieger sind out of map. Komm doch mal rein hier. Und jetzt nach rechts rüber. Los. Einheit verblendet. Muss ich die Aurora-Bomber erforschen? Mein Name ist General Ricky. Und wir spielen hier Command & Conquer. Zero Hour. Drei Luftwaffengenerale... gegen den Rest... der Welt. Schaut euch das an. Auroras. Comanjis. King Raptors. Tarnkappenbomber. Was... für ein episches... Schauspiel. Wahnsinn. Ah, der sieht aus. Geil. Ich will nochmal. Ich will wirklich nochmal. Machen so eine geile Show hier. Ja, Wu überlagert mich hier schon restlos. Guck dich das mal an. Joki, grüß dich mein Lieber. Ja, ich will... Ja. Und man nannte ihn... Wu. Luftwaffengeneral Wu. On fire. Schaut euch das an. Ein Flugplatz. Jagd den nächsten. Alle voll besetzt. Mit King Raptoren. Tarnkappenbombern. Partikelkanone aktiviert. Und hier ist meine kleine, dezente Luftwaffenarmee. Mein kleines Luftwaffengeschwader. Mein Name ist General Ricky. Absolut krass. Absolut krass. Guckt euch das an. Los, Angriff. Ich habe eine geile Idee. Das bedeutet King. War bei mir jetzt wieder mal offline. Ich habe eine richtig geile Idee. Wir nehmen gleich noch unsere ganzen Spezialangriffe. Und fliegen dann alle zu Türkis hoch. All in. Mit allem. Guckt euch mal die Comanjis hier an. Oh ja. Multi. Multicopter. Der Roffelcopter ist das. Ey, wir schaffen es gleich, dass es abstürzt. Ich sage euch so, wie es ist. Es wird gleich abstürzen. Ey, schön, dass es dir gut geht, Joki. Freut mich. Ey, was greift denn hier mich an? Schaut mal, was wir hier gefunden haben. Ihr habt euch gefragt, woher der Ausdruck Roffelcopter kommt. Von 40 gestapelten Comanjis. Alter, aber Alter, ist das krass. Teilung läuft. Zellteilung läuft. Okay, wollen wir mal alle nach oben. Zu Türkis. Einfach all of Türkis. Los geht's. All in. Guckt euch mal an, was hier abgeht. Motor an der Bombe. Ich bin weg. Alter, Fahrweiter. Ich habe auch bei Blaustress mal reingemacht. Was geht hier ab? Ich habe bei Hell, bei Dunkelblau, habe ich meine ganzen Dinger reingesetzt. Hier noch ein paar Briefe. Luftpost. Einfach mal lesen. Mega. Rakete abfeuern. Es ist so übertrieben. Es ist unglaublich. Okay, alles klar. Habe ich noch nie gesehen in diesem Ausmaß, was wir hier gerade veranstalten. Total durchgedreht. Wir haben wieder Flugfelder weggenommen. Und mein ganz lauter was. Einheit verloren. Toast die Kohle weggenommen. Angriff. So, er ist auch seine Gefahr. Und zum Wahle. Alles klar. Rein hier, komm. Gettlings rausnehmen. Los, 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 los. Also ich baue nichts mehr. Und wir holen sie. Ja, ich kann nichts mehr bauen, weil, sobald ich irgendein Flugfeld platziere, zack, ich hab, äh, wollte jetzt grad losschicken. Zack, alle weg. Alle weg. Meine ganzen, meine ganzen Aurora-Bomber, alles weg. Alles weg. Einheit verloren. Wie, weg teleportiert oder was? Nee, ich hab Aurora-Bomber gehabt, wollte grad starten. Zack, Flugfeld zerstört. Zack, Flugfeld zerstört. Ey, wir müssen nochmal so einen epischen Start filmen. Wu, lass die bitte nochmal alle absetzen. Lass die bitte nochmal alle absetzen. Das sah grad so genial aus, wo die alle gestartet sind. Das brauchen wir nochmal. Boah, ist das krass. Schaut euch mal dieses Geschwader an. Weil manuell, manuell kann ich die leider nicht landen. Das wird nix. Matsö, vielen Dank für dein Follower. Schaut mal, wie die jetzt landen. Wie viele Flugfelder hast du? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn. Wieder zwanzig. Wu hat wieder seine zwanzig Flugfelder. Einheit verloren. So. Okay, pass mal auf. You ready? Äh, ich bin ready und los geht's. Wir spielen den Luftwaffengeneral. Bei Command & Conquer, Alarmstufe Rot. Äh, nee. Wir sind hier bei Command & Conquer. Generous Zero Hour. Und hier haben wir die Legende namens General Wu. Schaut euch das an, was er hier wieder veranstaltet. Das ist großes Kino. Der Extra-Klasse. Wahnsinn. Über zwanzig Flugfelder. Alarmstufe Rot. Alarmstufe Rot könnte man vielleicht, äh, aussprechen bei dem. Das stimmt. Das stimmt. Einheit verloren. Ach, geil. Lass uns den Sack zumachen. Fake Nummer zwei? Ja, gerne. So, warte. Und los. Startet. Herzlich willkommen bei Command & Conquer Generous Zero Hour. Wir sehen hier gefühlt 100 Raptoren und Tarnkappenbomber in der Luft. Angriff. Lasst uns den Gegner niederringen. Ho, 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 ho. Absolut Wahnsinn. GG. Einheit verloren. Ist noch gar kein GG? Na komm. Ich greife auch nochmal an. Ja. Und sie verkaufen. Und wie schnell der geschmissen hat. Guck mal, Türkis gibt's doch auch noch. Guck mal, hat sich sogar wieder aufgebaut hier unten. Na, da geh ich gleich mit meiner Moab rein. Ach, ich hab auch noch eine, die dauert noch kurz. Wollen wir zwei Moabs schicken? Zählen wir einen Countdown runter? Ja, meine ist noch nicht ganz ready, aber fast. Okay, Bu regelt schon mal alleine. So, ich dachte, die rechten machen wir noch. Nein, die verkaufen. Nein. Roger, ich bin startbereit. Alles Roger. Rakete abgefeiert. Ich greife an. Sie haben gewonnen. Nein. Ich wollte meine Moab mal bei Wu doch reinhauen. GG. Okay. Wowi, saui, Kazanawi, sag ich dazu nur. Das war echt heftig. Wie hat euch diese Runde gefallen? Wie gut habt ihr euch unterhalten gefühlt? Schreibt's mal in den Chat von 1 bis 10. Also ich bin komplett geflasht. Mann, war das episch. Da hat jemand im Chat ziemlich recht. Man hätte eigentlich noch ein bisschen Highway, also Danger Zone, ein bisschen singen müssen. Das war echt krass. Habe ich so noch nie irgendwo bisher erlebt. Total krass gewesen. Und vor allen Dingen haben wir gegen die vier schweren absolut dominiert. Extrems gutes Teamplay. Bei mir rechts wollte der Panzergeneral immer frech werden. Hab mich super supportet, mich super unterstützt. Dann haben wir das hier souverän gelöst. Mega. Ich war mehr als nur der Supporter. Du warst, äh... Und der Punching Ball, kann man so sagen. Jene Kugelfresser. Ja. Was ich immer abgekriegt habe, ey. Oh.